Kommt an, soll ich noch was erzählen? Was soll ich noch erzählen? Genau, ihr könnt eine mit ablenken. Lenkt mal die ab, dass ihr gar nicht merkt, dass jetzt hier umgebaut wird. Wir lenken jetzt alle gemeinsam ab. So ablenken. So. Das ist toll ablenken, macht Spaß. Voll blöd, oder? So, ist das Piano jetzt richtig? Ja, so gut, so. Nein, vielleicht noch ein 2 cm. Und vielleicht hier den noch so ein bisschen so ablenken. Soll ich noch putzen hier? Jetzt nichts vorbeitet mehr. Jetzt ist sowieso, wenn ich jetzt was anfange, ist zu spät. Ihr seid fertig. Seid fertig. Sie sind fertig. Ihr seid fertig. Ich bin fertig. Bitte, ein großer Applaus für Emily Gensel. Gleich drücken wir jetzt von das Piano zurecht. Das dauert ja immer mit dem Umbau. Unglaublich. Also ich bin fertig. Ich weiß nicht. Ja? Kann man uns denn so? Ist gut. Ja. Komm. So, ich werde anfangen. Gero? Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Dann dann geht's otro. Geister. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Dann geht's noch. Ich bin fertig. Also, ich bin fertig. Mercedes-Benz 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 Die Have I saved This Bites Ja, wie gesagt, wir sind Envy & Voice und freuen uns total, hier mal wieder spielen zu dürfen. Wir waren vor zwei Jahren schon mal da. Stimmt. Genau. Und ja, wir haben ein kleines Programm für Sie, zurecht für euch vor allem, zurechtgestellt und machen jetzt gleich weiter mit einem Song von einer meiner absoluten Lieblingslängerin. Das ist nämlich Alicia Keys. She's just a girl, she's on fire. She's just a girl, harder than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world when it's on fire. Feel the cat astre, but you know she can fly away. Oh, she got her head in the clouds that she's not breaking down. Oh, she got her head in the clouds that she's not breaking down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Looks like a girl, but she's aflame. So bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you'll never forget her name. She's on fire. Die Welt von der Hottestinne ist, dass wir die Welt von der Hottestinne sagen. Oh, we got her head in the crowd, but we're not breaking down. Oh, got her feet on the ground, but we're not breaking down. This girl is on fire This girl is on fire She's walking on fire This girl is on fire She's just a girl but she's on fire Letzten Sommer habe ich eine kleine Tour gemacht nach Berlin und war da bei X-Factor das ist eine Castingshow die lief auch auf Vox und ja, ich wollte irgendwie das einfach mal ausprobieren und das war auch eigentlich eine ganz spontane Entscheidung eigentlich hast du mich überredet eigentlich habe ich sie überredet er ist eigentlich schuld muss man sagen an dieser Stelle aber glaube ich nicht so traurig auf keinen Fall es war eine tolle Erfahrung ich habe ganz viele tolle künstlerisch sehr wertvolle Leute kennengelernt und den Song den ich da beim Castingshow den spielen wir jetzt der ist nämlich von Etta James eine ganz ganz große Soul-Liever Die können wir die Sometimes I get a good feeling yeah 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 I get a feeling that I never 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 happy fun no no yeah Musik 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 Unser gut aussehender Bassist hier vorne geht bereits hier schon zum Piano. Das ist genau richtig, denn Piano brauchen wir in den nächsten Song. Der Song ist von Emily Sandé. Den kennt ihr sicherlich alle. Ich glaube, den erkennt man sogar schon sofort an den Akkorden. Ich spiele einfach mal drauf los. Ich würde das dann gerne auch wieder mitlassen. der bowente ich jetzt nicht. Kannst du nicht, wenn man ihn zusammen envisionionert. Und er bleibt eine Ressende Sanfte. Ich slee So erst über uns und Nummerte. Du bist glücklich, wenn du bist. Nernot depart zu weine. Das ist dein Handy, �itle. Ich legealah die D Nevartner, ich spende ein Kommer. Hier shakezoff. T dis sei das Leben. Denn einen Willen ist, da gewoh JUST, Meine 1600 Power dein Walgern ist. im becomes größer. Ich unbedingt Emker Ne prefer. Dann werde ich farmers vielréal scarico, Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Baby, you're the one that I love Baby you're the one I need You're the only one I see Baby, you're the one that gives your heart You're the one I can always go When I need to make everything so funny I'll put my love on ska Baby, you're the one that I love Baby you're the one I need You're the only one I see Baby, baby it's you Ich will die Wasser trinken. So, jetzt fragt man ein kleines Experiment. Es ist ein bisschen gefährlich, weil wir sowas noch nie gemacht haben. Aber wir haben einen 9-8-Handspieler, Monty. Und seitdem Monty dabei ist, proben wir nur noch wirklich sehr spät abends, weil Monty nämlich morgens immer völlig müde ist. Es ist nichts Verwerfliches, aber es ist eine Tag. Und diesen Anlass, das haben wir zum Anlass genommen, um ein Lied zu präsentieren, was vor allem Monty leitet. Ich bin morgens immer müde, aber abfällig flach. Morgens bin ich so zu lieb, aber abfällig flach. So schwach. Morgens bin ich so zu lieb. So schwach. So schwach. So schwach. So schwach. So schwach. Und morgens bin ich so poliert Und tut mir noch ganz schön So ist Spaß So ist Spaß Morgens liebe Zeit Gleich bei der Klappe! Ja, jetzt kommt meine Chance, unser allerletztes Lied Ich hab nur wieder, wie immer Und wirklich Spaß gemacht Ein sehr, sehr tolles Kultuschen Vielen Dank an unserer Stelle Bei uns ist es schon so Tradition geworden Dass unser letztes Lied immer ein Beatles-Lied ist Und dieses Beatles-Lied heißt Twist and Shout Und ich weiß nicht, ob ihr schon ein Werk habt Aber die Tanzfläche ist noch frei Also wer Lust hat, kann quisten, schauen, tanzen Alles mögliche, aber jetzt erstmal klatschen Das sieht schon gut aus Na, du bist immer wieder Und du bist sch прибaz, wenn's dir das Ja, du bist immer wieder Aber das트� doub travers Und du bist schön Lesen für Assange Und ich weiß nicht, wie immer specs Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Gibt es denn schon Folgeauftritte? Ich habe mich schon noch gelingt sehen, vielleicht länger als nur 20 Minuten. Folgeauftritte, Emily, Folgeauftritte, Folgeauftritte. Also ich bin im Moment in Köln im Studio und gehen da ein paar deutschsprachige Songs auf und mal sehen was draus wird. Ich halte euch alle auf dem Laufen. Man sieht sich eh immer zweimal im Leben, oder? Aber Auftritte sind noch nicht geplant wieder? Nee, ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Ach, nicht im Kopf. Auf eurer Seite gibt es emily.de oder irgendwas. Doch, genau. Oh, sehr gut. Emily.Froiling.de. Nee, wir müssen alle jetzt rein. Also einfach Emily Fröiling eingeben bei Google und dann kommt ihr auf meine Homepage. Emily, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin. Super. Dankeschön. So. Ihr seid ja nicht wegen mir hier. Aber ich habe gerade wieder geplant, nicht im Kopf. Wie ich hier in na ouren Kuchen die Husten werden.